Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Train-Fever-Freunde. Wir sind immer noch in unserer Stadt Hamwarde und Holzkoppel. Man, müsste ich mir langsam mal merken. Und diese beiden Städte wollen wir heute mal verbinden, und zwar via Zug. Wir haben in der letzten Folge hier schon eine Postkutschenlinie eingerichtet, die unsere Passagiere, sage ich mal, unsere zukünftigen, in der Stadt abholt und dann bei uns abliefert. Wir haben schon einiges an Mitfahrern, was natürlich gut ist. Ich habe mir eben mal ein bisschen geliehen, und dafür werden wir uns als erstes jetzt mal noch ein paar Leute kaufen. Ein paar Kutschen für die Wege, weil da warten noch einiges an Leuten, und die wollen wir natürlich mitbeliefern. Deshalb 1, 2, 3, 4 kaufen wir uns hier nochmal, und zwar für den Hamwarde-Bus. So, schließ dich, und dann gehen wir rüber nach Holzkoppel, und hier kaufen wir uns im Straßenfahrzeugdepot auch nochmal 1, 2, 3, 4. Und die werden wir dann in den Holzkoppel-Bus setzen. Das ist schwarz, das ist dunkle, grün sah man so schlecht. Okay, jetzt haben wir zwar noch 300.000, aber ich hoffe, wir werden jetzt ein bisschen mehr kriegen. Oh, wie viele warten denn hier? 11 Leute, gut. Gut, dann werden wir jetzt mal hier unsere Eisenbahn verbinden. Und zwar als erstes legen wir ein bisschen geradeaus, das ist dann für Weichensysteme und so weiter gedacht. Und dann werden wir hier uns in die Kurve begeben, weil wir müssen ja nach da hinten. Heißt im Prinzip, wir fahren hier über diesen Berg rüber und haben jetzt schon kein Geld mehr. Ihr seht, wie teuer das ist, so eine kleine, naja, vielleicht nicht ganz so kleine Strecke zu bauen. So, aber wir können ja hier auch schon mal geradeaus legen. Und ich will das jetzt fertig bauen, ich kaufe uns noch ein Darlehen von 300.000. Und wir machen ja auch langsam Plus und ja, ich hoffe, das bleibt so. Weil wir können das Geld echt gebrauchen. So, wir müssen jetzt hier, hier lang im Prinzip. Oder wir, ja, wir machen hier so einen Schlenker. So, hier, am Wäldchen vorbei hier. Ups, Autosave gut. Ich hoffe, das wird nicht allzu teuer hier jetzt. So, aber die laufen ganz gut aufeinander zu, finde ich. Aber hier, diese Aufschüttung, warum kostet die denn so viel? Wir mussten jetzt eine riesige Kuhle ausheben für unsere Eisenbahn. Und hier, ihr seht's schon, man könnte hier einfach einen Tunnel hinbauen. Ich weiß nicht, ob das so praktisch wäre, aber das würde 700.000 kosten. Wisst ihr was? Ich glaube, ich reiße halt hier... Hallo? Dieses kurze Stückchen würde ich eigentlich nur mal abreißen. So, das hat uns jetzt mehr gekostet, als wir daraus genutzt haben, aber... Wir können uns jetzt hier nochmal außenrum bauen. Und das ist, glaube ich, deutlich besser. Das hatte ich jetzt beim ersten Mal nicht so berücksichtigt. Hätte ich eigentlich machen müssen. Hier geht's bergab, okay. Aber hier, wir bauen uns halt hier so nach links weiter, sag ich jetzt genau. So, und es wird schon wieder zu teuer. Wir bauen uns jetzt hier so vorbei, schlängeln uns hier rein und treffen uns dann hier einfach so... Aber wir brauchen mehr Geld. Wir spielen halt auf mittleren Schwierigkeitsgrad, heißt, wir haben recht wenig Geld am Anfang. Zwei Millionen, das reicht halt, um eine Strecke so notdürftig anzufangen. Und warum sollten wir hier eine Brücke hinbauen wollen, wenn wir genauso gut hier einfach so verbinden können? Das ist irgendwie so ein kleiner Fehler im Spiel. So, und jetzt haben wir eine Verbindung zwischen zwei Städten. Und wir müssen jetzt quasi noch... Geld haben wir ja genügend. Wir müssten jetzt hier noch ein Depot hinbauen. Und zwar ein solches Depot hier, aber das können wir nur, wenn Schienen auch schon da sind. Was blöd ist. Und zwar baue ich aber hier erstmal so ein Stückchen geradeaus. Nein, ich will das nicht zusammenbauen. Ich will das eher hier so nach außen bauen. Und dann mache ich nämlich hier... ein Depot hin. Ich will das hier noch ein Stückchen weiter, so. Kostet ja kaum was. Kollision. Nicht genügend Platz. Hm. Okay, das ist mir jetzt egal. Ich baue hier mir jetzt einfach ein schickes Depot hin. Hier so neben diese Straße. Jupp. So hier. Und da kommt jetzt einfach unser... Zugdepot ran. Und mithilfe dieses Zugdepots werden wir gleich folgendes machen. Erstmal muss ich hier noch ein bisschen an die Zukunft denken. Und für 25.000... Komm. Ja, hier 26.000 dann eben. Und zwar werden wir... Eins... Nein, Moment, lass mich nachdenken. Genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Ich mache das halt gerne akkurat. Und zwar Mindestgeschwindigkeit 80. Hier machen wir so eine Weiche hin. Und ja. Ups, nein. Von der Seite wollte ich jetzt nicht bauen. So. Ich wollte jetzt quasi... Hier nochmal einen... Nicht genügend Platz. Was? Nicht möglich. Bitte in zwei Schritten bauen. Krümmung zu groß. So, bauen wir das jetzt noch so hier, dass es... Ah, wartet mal. Ich habe da eine Idee. Aber nicht, damit ich dich mal sehe, sondern einfach so halt. Und zwar, wir bauen das jetzt hier ran, dass man hier mit 80 drüber brettern kann. Und dann schließen wir das hier so an, damit man auch mit 80 hier reinfahren kann. So. Und jetzt kann unser Zug nämlich hier in den Bahnhof fahren und dann hier weiter. Und als erstes brauchen wir jetzt mal eine neue Linie. Und zwar, keine Ahnung, eine RB, eine Regionalbahn. Und zwar die 1. Einfach. Und zwar von diesem Bahnhof zu diesem Bahnhof. Und jetzt müssen wir uns noch einen Zug kaufen. Wo war unser Depot? Hier war unser Depot. Und ich kaufe mir diese kleine Spanish-Brottelbahn und hänge hier 1, 2, 3, 4, 3 Anhänger dran. So, da bin ich wieder. Folgendes passiert. Ihr seht, es ist ein bisschen anderes hier und ein anderes Datum, wenn ihr es mal eben vor ein paar Sekunden vergleicht. Ich habe eben bemerkt, dass ich seit so und so vielen Minuten, ich weiß es nicht, nicht mehr aufnehme. Und das hängt damit zusammen, dass einfach meine Festplatte voll war. Aber ja, deshalb werde ich auch nach diesem Part jetzt erstmal aufhören mit dieser Session, wenn man das so nennen kann. Zwei Folgen hintereinander mit Panne aufgenommen. Das nenne ich meine Session. Und werde die dann erstmal rendern und werde gucken. Und ich möchte hier auch gleich ankündigen, das habe ich mir jetzt eben so, während ich meine Festplatte ein bisschen gesäubert habe, um jetzt hier noch die letzten paar Minuten aufzunehmen, mal gedacht, ich werde Ghost Weekend Phantoms und Prison Architect einstampfen. Ich werde es nicht mehr weitermachen. Das hat mir in letzter Zeit nicht mehr so viel Spaß gemacht, wie es sollte, um es weiterzuführen. Es soll natürlich vorrangig mir gefallen, was ich mache. Das ist kein Spaß. Keiner sollte YouTube machen, wenn einem nicht das gefällt, was man tut. Und ich würde auch kein Video hochladen, von dem ich nicht sagen würde, ja, das gefällt mir. Das habe ich gut gemacht. Das habe ich schon ein, zwei Mal gemacht und ich war echt unglücklich damit und diese Videos gibt es jetzt auch nicht mehr. Die waren jetzt nicht so schlecht, da war vielleicht ein kleiner Makel, ein kleiner Schnittfehler. Aber für einen selbst bedeutet es einfach, ja, es ist nicht so schön, glaubt es mir. Und deshalb habe ich mir jetzt überlegt, diese beiden Serien werde ich nicht mehr weiterführen. Ich mache jetzt Train Fever und ab und zu wird noch ein bisschen Battlefield kommen so. Und dann natürlich noch Tech It. Da habe ich echt Bock drauf jetzt. Es haben sich ein paar Leute gemeldet. Danke an die. Ich werde mit euch bald spielen. Das macht echt Fun mit euch, Jungs. Und, ah, endlich kommt der Zug an. Wie viele passen denn gleich rein? 18 Uhr, okay. Gut, ähm. Wo war ich stehen geblieben? Hier. Die werden eingestampft, die mache ich nicht mehr weiter. Es sei denn, ihr wollt das. Wenn ihr sagt, ja komm, mach noch ein bisschen weiter. Ich fand das cool. Wenn sich da ein paar Leute melden, dann mache ich da auch ab und zu mal noch die ein oder andere Folge. Aber ich werde das nicht regelmäßig weiterführen. Ich werde jetzt sofort nach dieser Session meinen Upload-Plan ändern. Mein Sendeplan hier nochmal verlinkt. Der ist eigentlich immer aktuell. Betrübt mich ein bisschen, das jetzt einstampfen zu müssen. Ich habe, das sind jetzt insgesamt drei Projekte, die ich gestoppt habe, weil sie mir einfach nicht mehr gefallen haben und nicht zu Ende gebracht habe. Wenn man das halt so nennen kann, Püssenarchitekt, da kann man ja eigentlich unendlich weit bauen, bis es halt langweilig wird. Und mir wurde es halt jetzt langweilig. Wenn ihr das nicht so seht, dann teilt mir das bitte mit und dann werde ich mir es noch ein zweites Mal überlegen. Ich merke gerade, unsere Zuglinie bekommt langsam hier ein bisschen, ja, Fahrgäste, aber irgendwie macht sie trotzdem noch unendlich Minus. Das sollten wir jetzt bald mal beheben. Das war es nochmal, was ich sagen wollte. Ich habe es auch nochmal in einem extra Video. Jetzt, das wird wahrscheinlich sogar noch vor diesem hier on sein erklärt. Und ja. Aber, falls ihr dieses Video nicht geguckt habt, dann wenigstens das hier. Wie auch hier jetzt, wie bei meinem anderen Video, jetzt auch hier die Frage, wie gefällt euch das Spiel eigentlich? Was denkt ihr über diese Spielidee? Ich meine, es gibt jetzt schon unglaublich viele Ableger, die auch teilweise unglaublich alt sind. Beziehungsweise, das ist ja ein Ableger von denen dann. Aber, ja, irgendwie fand ich bis jetzt, hat kein Spiel das so konsequent durchgesetzt wie das hier. Und das ist ja der Build 5565, wenn ich mich recht entsinne. Und da kommt ja noch einiges, das ist ja erst Ende letzten Jahres aus der Beta rausgekommen. Und ja. Ich hoffe mal, dass da noch einiges draus wird aus diesem Spiel. Und irgendwie, die Eisenbahn, die fährt hin und her. Aber sie kriegt es nicht auf die Reihe, die Leute hier schnell genug abzuholen. Die macht nur mieses. 13 Minuten. Wir müssten eigentlich noch eine zweite Lok uns holen. Aber wir haben einfach kein Geld dafür. Nichts. Ich würde gerne mal wissen, ob die Güter jetzt weiterlaufen hier, wenn der Zug drüber fährt. Los, lasst uns ein Güter erfahren. Und. Oh. Naja, mit dem Waggon einen umgeschubst vielleicht noch. Boah, ich finde diese Felder da hinten herrlich. So, und eingefahren. Mal gucken, wie viel Geld gibt denn das? Minus 14k. 137k. Uh. Und da der ja jetzt immer voll fährt, weil hier warten wir noch mehr. Also wir könnten eigentlich zwei weitere Züge einstellen. Und die würden immer noch hin und her fahren. Also jetzt wird sie rentabel. Jetzt wird sie echt rentabel. Ist ja noch nicht Ende des Jahres. Aber ich schätze mal, wir werden es Ende des Jahres 200.000 plus gemacht haben. Dann hätten wir wenigstens, wären wir wieder im Plus hoch. Ist ja ganz schön komisch verdreht hier. Und wir müssen langsam mal wieder ins Plus kommen. Denn, ja, es könnte ungut werden, wenn wir noch länger im Minus bleiben. So, wo kommt er denn? Hier hinten kommt er mit Höchstgeschwindigkeit. Und hier warten unglaublich viele Leute. Schaut euch das an hier. Alles voll mit Menschen. 63 Leute. 63 Leute. Das ist... Das ist ein Viertel von der Stadtbevölkerung. Die will in die Stadt da drüben. Weil ihr seht es schon hier. Arbeitsplätze 186. Die wachsen zwar gerade und auch die Einkaufsmöglichkeiten, aber das sind nicht genügend. Heißt, die müssen irgendwie in eine andere Stadt gelangen. Und wenn wir uns das hier mal anschauen. Da haben die Einkaufsmöglichkeiten und Arbeitsplätze mehr als genug. Und, ja, Freizeitmöglichkeiten haben sie hier auch zu wenig. Aber möglicherweise haben wir hier genügend davon. Deshalb gleicht sich das ja vielleicht aus. Ja, nicht viele, aber deshalb wollen die halt alle hin und her. Und schaut, jetzt hält sie an. Und wir kriegen nochmal einen ganzen Batzen Kohle. 143 wieder. Wir müssen eigentlich halt echt eine zweite Lok einstellen. Noch zwei Fahrten. Und, ja, dann kaufen wir uns eine neue Lok. Und das machen wir in der nächsten Folge. Dann kaufen wir uns eine neue Lok mit ganz vielen Anhängern. Und die transportiert unsere ganzen Leute dann hier hin und her. Finde ich eigentlich echt cool. Hat eine Weile gedauert, dass das jetzt hier rentabel wird. Aber, ja, jetzt ist schon nächstes Jahr hier. Wir haben sogar noch Minus gemacht, ein kleines bisschen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die wirft irgendwie mehr ab. Naja. Dann sehen wir uns im nächsten Video. So hoffe ich doch. Und Tschüssi.